So, Hallöchen Leute, heute geht es tatsächlich mal um ein ganz spezielles Thema, denn es geht heute um Cardano. Ich zeige euch gleich, was ich hinaus möchte, sobald hier Google diese komischen Datenschutzkacke gelesen hat. Wir können uns, ah, okay, ich dachte gerade, wir können uns auch einfach das Leben leicht machen und einfach kurz auf coinmarketcap.com gehen. Aber dann war Google tatsächlich doch schneller mit diesem Pop-Up-Laden. Mein Internet ist heute nicht ganz stable, also es kann natürlich sein, dass es ab und zu mal in diesem Video zu ein paar kleineren Wartezeiten kommt. Ist aber tatsächlich gar nicht so schlimm. Also, um was es heute primär geht, ist Cardano. Ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel gelesen. Es geht um die Dezentralität von Cardano. Ich werde das nicht im Detail erklären, sondern ich werde heute so ein bisschen auf einen Parameter eingehen, der jetzt bei Cardano Richtung 0 läuft. Das ist dieser D-Parameter, da werde ich aber gleich auch noch ein bisschen erklären, was es ist. Ich habe das Ganze von Soundcloud. Wir können ja mal ganz kurz da gucken. Soundcloud, denn hier veröffentlicht die Firma hinter Cardano, also IOHK, dementsprechend immer wieder so kleine Podcasts. Da könnt ihr mal ganz kurz gucken. IO heißt die, glaube ich, IOG. Können wir mal ganz kurz gucken. Ja, hier Input, Output. Und hier habe ich eben vor 15 Stunden diesen kleinen Podcast gehört. Not long till day ist gleich null day. Okay, was das bedeutet, werde ich mit euch gleich reden. So, außerdem, wen es interessiert, hier diese Babel oder Bubble Fees. Dementsprechend auch sehr, sehr lustiges oder nicht lustiges, sondern ein sehr interessantes Thema. Das ist schon eher das bessere Wort hier für Cardano. Also wen es interessiert, wer ein Cardano Fan ist, kann sich das gerne mal hier angucken. Hier gibt es wirklich ganz, 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 ganz viele coole Sachen. Also wirklich, wer hier Fan von Cardano ist, sollte sich hier mal bei Soundcloud IOG angucken. So, dementsprechend. Was ich auch noch mir letztens angeguckt habe, war Native Tokens, bring new utility to life on Cardano. Das war dann dementsprechend die Sache mit dem Mary Hard Fork. Das ist ja jetzt durch. Mary gibt es ja jetzt bereits, die Native Tokens gibt es jetzt bei Cardano. Deswegen müssen wir uns darüber schon mal gar keine Sorgen machen. Cardano hat jetzt tatsächlich auch leider einen Platz abgeben müssen Richtung Tether. Tether ist jetzt wieder auf der 3, Cardano wieder auf der 4, was jetzt nicht sonderlich schlimm ist. Bitcoin wieder bei 46.000, fast 47.000 Dollar. Freut mich nicht, um ehrlich zu sein. Das tut meinem Portfolio weh. Ich finde es sehr, sehr schlecht. Aber ja, was soll man dazu sagen? Ethereum wieder bei circa 1,4. War ja auch schon über 2.000, hat irgendwie gar nicht recovered, muss man dazu sagen. Cardano hatte am letzten Samstag sein All-Time-High, also vor circa einer Woche mit 1,50. Also Cardano läuft ganz gut. 1,10 ist jetzt nicht viel, aber wenn man sich das Ganze mal so anguckt, im Vergleich, wir sehen hier ganz gute Zahlen die letzten sieben Tage. Bei Polkadot natürlich auch. Andere Coins sind einstellig im Profit. Also Cardano ist auch einstellig, war aber vor Kürzung noch zweistellig im Profit. Das ist jetzt höher einstellig und das hier ist jetzt niedrig einstellig. Ja, man muss halt immer so ein bisschen gucken, was da gerade abgeht. Natürlich geht der ganze Markt runter, aber wenn wir das im Sieben-Tages-Chart angucken, dann ist es natürlich ganz gut gelaufen für Cardano. Und auch für mein Portfolio ist es in den letzten 30 Tagen ganz gut gelaufen. Die letzten sieben Tage, auch die letzten 14 Tage, vielleicht auch die letzten 20 waren jetzt keine so tollen Tage für Krypto. Wir haben ja den großen Bitcoin-Crash gesehen, wir haben vieles anderes gesehen. Darüber möchte ich jetzt in diesem Video nicht primär reden, aber das wollte ich nur mal gesagt haben. Schade, dass Cardano jetzt wieder auf dem vierten Platz ist und nicht auf dem dritten, weil für mich gehört Cardano ganz klar mindestens mal unter die Top 3, wenn nicht sogar unter die ersten beiden. Weil Cardano ist wirklich ein sehr, sehr tolles Projekt, was ich auch sehr, sehr wertschätze. Ich gucke mir sehr, sehr gerne die Videos von Charles Hoskinson an auf YouTube und wie gesagt hier auch die Sachen bei IOG, auf Soundcloud und auch viele andere Podcasts zu dem Thema. Ich bin da bei Cardano mittlerweile doch schon ganz ordentlich mit dabei. Okay, auch investmenttechnisch, ich habe einen großen, großen Teil meines Portfolios mittlerweile in Cardano. Nicht, weil ich jetzt sage, Cardano ist das beste Investment. Das ist generell nie eine Investmentberatung, was ich hier mache, von dem her sollte es jeder mit eigenen Augen sehen, eigene Recherche betreiben. Aber was man eben dazu sagen muss, ist das, was Charles Hoskinson auf YouTube erzählt, die Werte, die er vertritt, finde ich toll. Das finde ich wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr respektvoll. Oder, wie sagt man es denn, man sollte das respektieren, was er sagt, weil er sagt wirklich sehr, sehr tolle Sachen. Es ist egal, ob man Cardano gut findet oder nicht. Die Sachen, die man sieht, die eben bestimmte Leute aus diesem Thema, aus diesem Space, gerade aus der Richtung Cardano erzählen, für was für Werte diese Leute stehen, ich finde das wirklich toll. Man kann sich streiten, ob Proof of Work oder Proof of Stake ein besserer Algorithmus ist. Proof of Stake ist zum Beispiel besser für die Umwelt und nicht so schlecht für den Stromverbrauch. Andererseits kann man sagen, Proof of Work wird aus großen Quellen sowieso aus erneuerbarer Energie bezogen, also von dem her vielleicht doch gar nicht so umweltschädlich. Proof of Work ist sicherheitstechnisch besser, ist es reine Energie oder was auch immer. Ihr kennt ja vielleicht die ganzen Argumente vom Blocktrainer und so weiter. Ich bin auch großer, großer Fan von Bitcoin. Also Bitcoin und Cardano sind 90% meines Portfolios. 10% sind noch Ethereum, Binance Coin und Polkadot, ganz genau. So, und über was ich mit euch heute reden wollte, war adapools.org, heißen die, glaube ich. So, denn das habe ich letztens in einem Video schon mal erzählt. Und dementsprechend gibt es hier einen Parameter, einen Netzwerkparameter. Den findet ihr hier unter Params. Und in dieser Parameter ist gerade das, was ich euch erzählt habe, dieses d ist gleich 0 oder soll gegen 0 gehen. So, wir klicken mal diese ganzen Dinge da weg. Kann ich das nicht wegklicken? Hier können wir wegklicken und hier können wir wegklicken. So viel Werbung möchte ich nicht in meinen Videos haben. So, Params. Mal gucken, ob das Ganze läuft. Also, wer es noch nicht wusste, ich kann es ja bei Cardano ein bisschen erklären. Hier läuft, ah, okay, egal. Also, wir haben bei Cardano, ich gehe mal ganz kurz zurück, so genannte Epochen. Das sind wie bei Bitcoin. Also, bei Bitcoin gibt es sowas eigentlich so gar nicht, so Epochen. Aber bei Cardano gibt es eben so bestimmte Epochen und Slots dementsprechend. Und diese Epochen sind wie so ein kleiner, wie soll man es denn sagen, wie so ein Zeitstrahl, mehr oder weniger. Die laufen natürlich jede Epoche eins nach oben. Jede Epoche geht so in etwa fünf Tage. Das sind so, sagen wir mal, wie bei uns im echten Leben, zum Beispiel die Wochen. Man kann dann zum Beispiel sagen, ja, jede Woche hat einen bestimmten Ablauf. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Ganz normal. Montag bis Freitag arbeitet man und so weiter. Also, man könnte einen bestimmten Ablauf bei diesen Epochen so sagen, wie bei uns die Kalenderwochen zum Beispiel. Und mit diesen Epochen werden halt bestimmte Updates teilweise durchgeführt. Das bedeutet, solche Parameter, die es hier gibt bei Cardano, werden dann dementsprechend immer zu einer neuen Epoche dementsprechend gechanged, wenn sie dann auch wirklich verändert werden möchten. Also, wenn jetzt hier ein Parameter verändert wird oder ein Update kommt oder sowas, dann passiert es niemals in einer Epoche oder ist einfach in der Vergangenheit nicht passiert, sondern das kommt dann immer bei einer anderen Epoche. So war das ja auch dementsprechend bei Mary Hartfork. Mary gab es dann dementsprechend seit Epoche 251. Beim Beginn dieser Epoche ist Mary gelaunched. Und dementsprechend gibt es das jetzt circa seit einer Epoche. Das mit dem Mary Hartfork. Deswegen war auch die ganz, ganz große Sache. Ja, wird vielleicht Mary nochmal verschoben, wenn es denn Probleme gibt. Da gab es, glaube ich, so eine Konferenz, das HFC-Event dementsprechend. Ich glaube, das heißt HFC wahrscheinlich für Hartfork-Conference, aber es kann auch was anderes sein. Oder Coordinator oder sowas. Hartfork-Coordinator kann natürlich auch sein. Cardano hat da sehr, sehr coole Sachen. Und dementsprechend, wie sie Hartforks planen, wie sie Hartforks durchführen. Wenn man sich eben diese Videos von Charles dementsprechend anguckt, dann sieht man da also auch sehr, sehr viel gedacht, was eben hier eingebunden wird. Und um was es in Wirklichkeit geht in diesem Video, jetzt habe ich sehr, sehr lange erklärt und sehr, sehr lange um den heißen Brei herumgeredet. Bei Cardano ist es ja so, Cardano ist Proof-of-Stake und bestimmte Blöcke werden dementsprechend von verschiedenen Pools, dementsprechend gefunden, von Staking-Pools dementsprechend. Hier sieht man so ein paar, zum Beispiel Kaisen-Pool, Binance-Staking-16, Kool-2, Staking-Out-of-Bits. Hier gibt es auch noch ganz, 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 ganz viele andere Pools. Und dementsprechend produzieren diese Pools hier dementsprechend diese Blöcke. Hier wird auch immer so eine Statistik angezeigt, Blöcke pro Epoche, die diese Pools dementsprechend generieren. Und es gibt Pools, die kommen direkt von IOHK, dementsprechend hier von der Firma Input-Output von Cardano. Und genau das hier ist dieser D-Parameter, denn dieser D-Parameter steht für Decentralization. Und je nachdem, wie lange oder umso länger dieses Netzwerk eben dementsprechend läuft, umso mehr Epochen vergehen, umso niedriger wird dieser Decentralization-Parameter, dieses D, was man dementsprechend hier gesehen hat. Und um was es hier in dieser Folge ging, in dieser Podcast-Folge ist, dass dieser Parameter bald auf Null gesetzt wird. Der wird aber nicht von heute auf morgen auf Null gesetzt, sondern wie gesagt, bei einer bestimmten Epoche wird der Null erreichen. Und der wird momentan 0,02 pro Epoche runtergesetzt. Man sieht es hier, für die nächsten Epochen, die bald kommen, 252 und 253, sind diese Changes bereits angegeben worden. Und geplant ist es dementsprechend, dass am 31. März dementsprechend, ich glaube, Epoche 258 ist es. Aber da lasst mich mal bitte nicht lügen. Ich kann es mal ganz kurz anklicken. Ich hoffe, es geht jetzt nicht los. Ne, okay, passt sogar. Irgendwo her gab es da noch einen Text. Ich glaube, auf der Seite von IOG ist hier noch irgendwo ein Text. Kann man das hier irgendwo nachgucken? Official Website vielleicht? Weil da gibt es auf jeden Fall noch einen Blogartikel dazu, zu diesem Thema. Das ist jetzt blöd Blog vielleicht. Ah, hier. Denn da kann man das Ganze hier nachlesen, um was es hier geht. Da ist auch immer dieses Soundcloud-Ding eingebunden auf der Seite von IOHK. Und da kann man das Ganze sehen, dass dieser D ist gleich Nulltag. Dementsprechend der Tag wird, an dem jeder Blog, der bei Cardano produziert wird, jeder einzelne von irgendeinem Stakepool produziert wird, der nicht eben dementsprechend mit IOHK in Verbindung steht. Das bedeutet, Cardano ist dann wirklich dezentral, wenn eben dieses D bei Null angekommen ist. Und man muss dazu sagen, IOHK ist jetzt keine Datenkrake und was weiß ich was. Die sagen wird, oh nein, wir geben nichts vom Netzwerk ab, die Pools sollen nichts produzieren und was weiß ich. Wir wollen die Kontrolle übers Netzwerk lassen. Nein, das finde ich sehr, sehr cool bei Cardano. Die setzen eben diesen Decentralization-Parameter immer weiter nach unten. Und dementsprechend werden dann die Blöcke, wie soll man es dann sagen, die Blöcke dann in Zukunft nur noch von eben den Stakepool-Operatoren, ja, dementsprechend produziert. Ich gehe mal davon aus, dass natürlich auch Charles oder andere Mitglieder von IOHK natürlich eigene Pools haben werden. Aber diese Pools sind dann wirklich gleichgestellt mit anderen Pools. Also man muss sich da keine Sorgen machen. Und hier steht dann dementsprechend, at the Boundary of Epoch 257 wird dementsprechend der D auf Null gesetzt, beziehungsweise der D Null erreichen. Ich denke mal, dass dann bei Epoche 258 D auch wirklich auf Null stehen wird. So, aber wie gesagt, das Ganze kann man hier nachgucken bei adapools.org, Netzwerk, Parameter. Und dann kann man sich das Ganze hier meistens angucken, was da für Parameter-Changes dementsprechend gemacht werden. So, das wollte ich nur euch gesagt haben, so ein kleines Video hier ein bisschen über Cardano, vielleicht mal so ein paar Learnings können wir hier mitnehmen. Finde ich eigentlich potenziell ganz cool, weil ich auch wirklich Cardano sehr, sehr cool finde. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wie viele Assets gibt es bei Cardano. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es hier unter Assets steht. Kann natürlich auch sein, es steht woanders. Token List, sieht aber schon mal richtig aus da oben. Mein Internet, wie gesagt, gerade nicht so schnell, aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Beim letzten Mal, wo ich geguckt habe, waren es, glaube ich, 317. Oh, sogar genau das Gleiche. Hier, cardano-assets.com, da habe ich das letzte Mal auch nachgeguckt. Hallo, möchtest du vielleicht laden oder eher nicht so? Bin ich jetzt mal gespannt, ob das Ganze lädt. Normalerweise steht dann hier oben gleich das Ergebnis. Oh, es sind 500. Da sind aber auf jeden Fall viele dazugekommen. Mal gucken. Created. Allein schon, was am 5. März, also heute, wir haben jetzt gerade 10.11 Uhr, was heute allein schon produziert wurde, beziehungsweise gegründet wurde, wie viele Coins, sind schon viele. Also quasi alle ab hier bis hier oben. Das sind schon viele pro. Dafür, dass der Tag jetzt noch nicht so lang ist. Können mal gucken. Was sind denn die mit den meisten Transactions? Hier die Space Coins, Caper oder Carper. Ja, ganz ehrlich gesagt, das meiste von den Coins hier ist totaler Schwachsinn. Und das ist wirklich totaler Müll. Die meisten Coins hier braucht man nicht. Aber man muss natürlich dazu sagen, irgendwann werden Coins kommen, besonders auch wenn Gogen in die nächste Phase geht, wenn dann Smart Contracts kommen, dann haben diese ganzen Tokens natürlich dann dementsprechend auch noch einen größeren Verwendungszweck. Und dann werden auch bestimmt Tokens kommen, die mit Ethereum-Projekten, die es momentan auf Ethereum, wie gesagt, gibt, vielleicht sogar konkurrieren können. Ich kann mir vorstellen, dass sowas wie Uniswap oder Pancakeswap oder sowas oder Sushiswap oder sonstige hier Swap-Dinger oder dementsprechend andere Tokens, Stablecoins und so weiter irgendwann mal in, ja, nicht allzu ferner Zukunft auf Cardano kommen. Also, da bin ich auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt, was die Zukunft bringt. Ich bin wirklich sehr positiv gegenüber Cardano eingestellt, obwohl der Preis momentan natürlich nicht so bombastisch aussieht. 9% nach unten ist nicht cool. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir die Projekte angucke, Bitcoin ist ein tolles Projekt. Ethereum hat momentan Schwierigkeiten, ist aber auch ein tolles Projekt. BNB bin ich kein großer Fan davon. Ich benutze es meistens als Utility-Token auf Binance. Ein bisschen Staken, ein bisschen Fees dafür bezahlen. Wer es nicht wusste, ich habe ja die ein oder andere Margin-Position offen. Und, ja, gerade wenn man tradet, gerade wenn man eben Margin-Positions offen hat, macht es vielleicht Sinn, wenn man ein bisschen BNB hat. Und Polkadot finde ich eigentlich nur interessant, weil es wirklich einen guten Cashflow generieren kann, weil es auch ein bisschen vielversprechend ist mit den Projekten, die da vielleicht in Zukunft kommen. Ja, aber es ist jetzt nicht mein Favorite-Projekt, aber es generiert 15% Staking-Rewards momentan pro Jahr und deswegen nehme ich das mit. Aber ich glaube, in Cardano habe ich so 500 Dollar vielleicht. Also jetzt keine unfassbar riesige Position. Und ich habe da weniger investiert als 500 Dollar. Also da sind ein bisschen Gewinne mit dabei. Naja, wieder sehr, sehr viel drüber geredet. Wieder sehr, sehr viel gelernt hoffentlich. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich bald wieder zu einem neuen Video. Bis dahin, ciao und bis bald.